Rechte Einstellungen nehmen demnach zu. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Regierung wird ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Die Schuhe eines Kanzlers seien für Scholz mindestens zwei Nummern zu groß. Herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge Meinungsmache. Wir befinden uns in einer Kalenderwoche, die ich nicht vorhersagen kann, aufgrund der Tatsache, dass das ein vorgezeichnetes Intro ist. Das soll aber nicht dem Ganzen im Wege stehen, dass ihr unter Umständen eine anstrengende Woche habt und jetzt endlich erfahren wollt, was so passiert ist, was in den Nachrichten so geschehen ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit der dieswöchigen Ausgabe und Grüße gehen raus, auch vom ganzen Team. Lass uns vorher noch mal kurz durch die Nachrichten gucken. Christian Lindner kündigt, oh Gott, Finanzminister kündigt Ende der Strom- und Gaspreisbremsen an. Christian Lindner schwört die Koalition auf die nächsten Jahre auf einen Sparkurs ein. Hat dieser Mann noch alle Latten am Zaun? Die staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen werden zum Jahresende auslaufen. Die Unterstützung der Ukraine stehe aber nicht in Frage. Der staatliche Strom- und Gaspreisbremse werden nicht mehr bis März 2024 verlängert. Denn der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, aus dem Energiehilfen bisher finanziert werden, steht nicht mehr zur Verfügung. Zum 31.12. dieses Jahres wird der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Es werden daraus keine Auszahlungen mehr erfolgen. Oh Gott. Ey, die arme Ampel, ne? Ey, mir tun die Grünen fast ein bisschen leid. Das Ironische ist, es sind immer die Grünen. Also die Ampel-Koalition ist wirklich, hm, man muss ja mal sagen, wirklich, hm, 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 ja? Aber die Grünen kriegen es alles ab. Es sind alles die Grünen. Christian Lindner macht irgendwas. Die Grünen. Olaf Scholz hat mal wieder irgendwie zu sehr Pirat gespielt. Die Grünen. Es ist, es ist, also, Gottes Willen, die Integration der FDP in die Koalition war ein Fehler. Und ich hoffe, die Leute werden daraus lernen, das darf nie wieder passieren. Die FDP darf nie wieder regieren. Digga, sie darf in der Koalition nicht regieren. Sie darf kein Ministerium haben. Die FDP ist einfach keine Regierungspartei. Es geht einfach nicht. Es ist einfach eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Oh mein Gott. Es ist so eine Katastrophe. Ja, und das, äh, Bruder, die, also, ei, ei, ei. Also kriegen wir jetzt eine Milliardenförderung der Wirtschaft, damit die energieintensiven Unternehmen eine Steuerentlastung von zwei Cent pro Kilowattstunde auf 0,2 Cent oder 0,1 Cent runtergehen. Und gleichzeitig sitzt Christian Lindner da und sagt, die Gas- und Strompreisbremse wird nicht verlängert. Wie kann der Bundesbürger sich nicht wie der letzte Hurensohn vorkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist, es, es, es ist eine Katastrophe, Digga. Das macht einen fertig, ne? Das macht einen wirklich fertig. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes hat an die Politik appelliert, rasch etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. Dieser gefährdet den Wohlstand, warne Dulger. Außerdem sollen die Ampelkoalitionen ihre Klimaschutzziele eindampfen. Wenn ich noch einmal das Wort Fachkräftemangel höre, ey, ich wünsche denen allen die Pleite. Jeder Arbeitgeber, der das sagt, unironisch, jeder, der sich in diese Positionierung fällt, der soll Bruch gehen, Digga. Straight up in die Insolvenz, drei Jahre mal ein bisschen zurücksteppen. Weil das ist, das ist, das ist so frech, das ist so frech. Wenn die von Arbeitskräftemangel sprechen, dann sprechen die von Fachkräftemangel im Niedriglohnsektor. Diese dreckigen, dämlichen Wichser sind es halt gewohnt, in einem Arbeitsmarkt zu existieren, in dem sie Preise diktieren können und auf einem Arbeitgebermarkt wurde ein Arbeitnehmermarkt. Und jetzt ist es anders. Das, was sie sich wünschen, ist der günstige Facharbeiter, aber die Scheiße ist over. Die Scheiße wird hoffentlich auch eine Weile over bleiben, weil diese Firmen müssen Bruch gehen. Mit dieser Mentalität trägt man keine langfristige, gesunde Firma. Diese Leute, diese dreckige Lobbyarbeit am Niedriglohnsektor, am Puls des Niedriglohnsektors, ist so frech und so durchschaubar, das ist bitter. Das ist fucking bitter. Also geht pleite, jeder, der das sagt, let's go. No one can help, denn die Scheiße wird wahrscheinlich eine Weile so bleiben. Also mal gucken. Dann ist das halt so, weil ich hab's satt, ich hab's wirklich satt, sowas zu hören. Die Politik müsse nun versuchen, den Fachkräftemangel abzumildern. Zitat, Deutschland muss wieder attraktiv werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Das ist unironisch, sagt er das. Was bieten wir denen denn? Eine der kompliziertesten Sprachen Europas, einen katastrophalen Wohnungsmarkt, eine langsame Bürokratie, nur wenig Kita-Plätze mit wenig flexiblen Öffnungszeiten. Wir brauchen eine Willkommenskultur wie in anderen großen Einwandlungsländern. Willkommenskultur in der Festung Europas. Auf der einen Seite sagen wir, wir müssen die ein paar Leute abschieben. Auf der anderen Seite sagen wir, Bruder, wenn du deine gesamte Kultur ablegst und bei uns arbeiten willst, bist du herzlich willkommen. Das reicht mir schon an Nachrichten. Das reicht mir schon an Nachrichten. Da hab ich schon genug gesehen für den Rückblick. Hab ich schon genug gesehen. Ist gut, reicht. Stopp! Die Musik muss sofort gestoppt werden. Bundeskabinett beschließt Nachtragshaushalt für 2023. Die Schuldenbremse ist erneut ausgesetzt. Die Bundesregierung hat einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr auf den Weg gebracht. Das teilte das FDP-geführte Finanzministerium mit. Die Ampelkoalition werde durch Kredite rechtlich absichern, die in diesem Jahr bereits für die Energiepreisbremse sowie zur Unterstützung von Flutopfern genutzt wurden. Voraussetzung für die Pläne der Bundesregierung ist, dass der Bundestag eine außergewöhnliche Notlage für 2023 erklärt. Damit kann die Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden. Das wäre das vierte Jahr in Folge. Zur Begründung verwies Finanzminister Lindner in seiner Vorlage auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das vierte Jahr in Folge, es klingt fast so, als sollte man die verfickte Schuldenbremse aus dem Grundgesetz nehmen. Oh, ich krieg das schon wieder. Ampel einigt sich auf Cannabis-Gesetz. Die Koalitionsfraktionen haben sich auf die abschließende Fassung des Gesetzes über die Legalisierung von Cannabis verständigt. Das Gesetz soll weniger strenger ausfallen als bisher geplant. Die Fraktionen einigten sich demnach unter anderem darauf, die Konsumverbote in der Nähe von Schulen und ähnlichen Einrichtungen auf einen Abstand von 100 Meter zu reduzieren. Vorher war ein Hund 200 Meter geplant. Ebenfalls entschärft wurden die Regelungen beim Eigenanbau. Hier soll künftig der Besitz von bis zu 50 Gramm erlaubt sein. Statt 25 Gramm. Let's go! Die Strafbarkeit soll dabei im privaten Raum erst ab 60 Gramm greifen, im öffentlichen Raum ab 30 Gramm. Darunter gilt der Besitz als Ordnungswidrigkeit. Zudem soll es laut Klappert-Gonther Strafvorschriften und Bußgelder auf angemessene Größenordnungs reduziert werden. So sollen Bußgelder von maximal 100.000 auf maximal 30.000 gesenkt werden. Ein THC-Grenzwert für einen Straßenverkehr sollen Experten des Bundesverkehrsministeriums bis Ende März vorschlagen. Für Minderjährige ist THC weiterhin verboten. Das klingt doch erst mal... Leider wohne ich nur 50 Meter neben meiner Schule und kann nicht im Garten rauchen. Hä? Dann rauchst du wie jeder vernünftige Mensch auf Toilette. Ja, außerdem glaube ich nicht, dass dein Garten der öffentliche Raum ist. Konsumverbote in der Nähe von Schulen und ähnlichen Einrichtungen auf einem Abstand von 100 Meter. Ich weiß nicht, ob Privatgrundstücke überhaupt da reinfallen. Das wird ja sicherlich dann irgendwann irgendwie geklärt. Wird dann sicher ekelhaft durch die Innenstädte zu laufen und überall ist dieser süßliche Geruch. Es riecht entweder nach Tod, Pisse oder Kiffer. Willkommen im Zentrum. Die Realität des Wortes einfach zu sagen, riecht so wie immer. Riecht so wie immer. Alles wie immer. Markus Söder fordert vorgezogene Bundestagswahl. Warum will Markus Söder vorgezogene Bundestagswahl? Eine vorgezogene Bundestagswahl? Hat der vor, mit der AfD zu koalieren? Oder wo ist es heiß? CSU-Chef Markus Söder hat sich angesichts der Haushaltskrise und der Debatten innerhalb der Ampelregierung für eine vorgezogene Neuwahl des Deutschen Bundestags ausgesprochen. Die Wahl solle parallel zur Europawahl stattfinden. Sagte der bayerische Ministerpräsident Söder. Sagte, die Regierung solle dir Vertrauensfrage stellen, nicht im Parlament, sondern vor dem deutschen Volk. Was? Anschließend an eine Neuwahl sei eine Neuauflage der Großen Koalition mit der SPD eine denkbare Regierungsvariante. Oh mein Gott. Bruder, wenn wir jetzt die Große Koalition kriegen, dann kannst du ja auch alles an Zielen vergessen, ne? Dann ist alles, dann ist alles, dann ist alles, rip. Also eine neue Große Koalition? Die Scheiße, die uns die Kacke eingebrockt hat? Alter. Ne. Ne. Ne, Digga. Ne. Das ist ja mit dem Rückwärtsgang zurück in die Abwärtsspirale, ne? Das ist ja irre. Bundesregierung kritisiert gefälschte Videoansprache von Olaf Scholz. In einem Internetvideo begründet ein täuschen echter Bundeskanzler ein AfD-Verbot. Das Video ist allerdings nur eine Satireaktion. Was? Haben wir das hier schon? Hier ist es. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Einer Bedrohung. Ja gut, das sieht nicht wirklich echt aus. Bedrohung, von der wir dachten, dass sie Vergangenheit ist. Der legendäre Generalstaatsanwalt Fritz Bauer sagte einst, Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Das sind Worte für unsere Zeit. Vor kurzem war der fünfte Jahrestag der Ausschreitungen von Chemnitz. Schließen Sie die Augen. Erinnern Sie sich? Ein brutaler Mob terrorisierte eine Stadt und machte Jagd auf Andersaussehende. Angeführt wurde diese gewalttätige Meute von den Vertretern einer Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt. Einer der Demonstranten ermordete danach den CDU-Politiker Walter Lübcke und gab vor Gericht an, sich bei den Parteiveranstaltungen zu dieser Hinrichtung entschlossen zu haben, wie er es nannte. Die Partei, von der ich rede, nennt sich Alternative für Deutschland. Doch die Alternative, für die sie kämpft, ist nichts, was wir in diesem Land noch einmal haben wollen. Ja, also wer das täuschend echt aussehen lässt, also was stand in dem Artikel? Täuschend echt? Hm, okay. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Absolutes Neuland. Täuschend echt für Leute, die eine Seheinschränkung haben, aber eine große. Und ohne Brille gucken. Viele sind Bürgerkrieg und Mord, Ausgrenzung und Unterdrückung, Gewalt und Terror. Nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Die Bundesregierung will den Bevölkerungsaustausch vollenden. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiff. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Vor 90 Jahren führte der Rechtsextremismus unser Land in die schlimmste Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Heute gibt es wieder politische Kräfte, die an diesen Abgrund zurück wollen. Hier und jetzt müssen wir eine Entwicklung verhindern, wie sie 1933 schon einmal ihren Lauf nahm. Es gibt offensichtliche Bestrebungen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland richten. Gegen die Demokratie, gegen das... Also das Voice, die Stimme ist sehr gut. ... das Parlament und gegen die Verfassung. Das werde ich mir nicht länger bieten lassen. Ich habe als Bundeskanzler geschworen, Schaden von diesem Land abzuwenden. Und ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Bruder, wenn diese Rede echt wäre, was meinst du, wie schnell ich den Scholz wählen würde, Digga? Was? Den würde ich die nächste Zeit immer wählen. Also ich würde schon sagen, ja, ich würde ihn halt schon wählen deswegen. Das ist krass. Aber ich würde sogar den Scholz wählen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Regierung wird zum fünften Todestag von Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Dafür bitte ich Sie heute ganz persönlich um Ihre Mithilfe. Unter afd-verbot.de sammelt mein Kabinett ab sofort Beweise für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der sogenannten Alternative für Deutschland. Falls Ihnen Informationen zu Anhängern, Mitgliedern oder Mördern und Straftaten aus dieser Partei vorliegen, zögern Sie nicht. Melden Sie Ihre Hinweise jetzt an uns. Uff. Ich bin sicher, rückblickend wird es unglaublich erscheinen, dass wir diese Partei so lange im Bundestag sitzen ließen. Ja, ha, 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 ha. Aber diesen Fehler werden wir jetzt korrigieren. Gemeinsam werden wir den AfD-Faschismus beseitigen. Uff. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wow. Wir benötigen Ihre Spende, um das Verbotsverfahren zu finanzieren. Als Dankeschön gibt es tolle Geschenke von der Bundesregierung. Tolle Geschenke von der Bundesregierung. Ja, also dieses Video hat 8000 Aufrufe, ist vor 12 Stunden oder 10 Stunden hochgeladen worden. Das ist tatsächlich irrelevant wenig. Eine Satireaktion mit einer täuschend-ächtend, aber gefälschten Videoansprache täuschend-ächt. Also wenn ich noch einmal täuschend-ächte. Wir nehmen das überhaupt nicht auf die leichte Schulter, sagt die Bundesregierung. Derartige Fälschungen schüren Verunsicherung und sind manipulativ. Ob die Aktion rechtliche Konsequenzen habe, sei noch unklar. Das müssen wir uns erstmal angucken. Die politische Satire- und Kunstgruppierungszentrum für politische Schönheit hatte am Morgen vor dem Kanzleramt zunächst gefälschte Plakate aufgestellt, die führende AfD-Politiker hinter Gittern zeigten. Dazu wurden die Falschnachrichten über ein Verbot der AfD verbreitet. Im Internet erschien dann ein Video von vermutlichen Ansprache Olaf Scholzes, das die Begründung zu sein scheint. Das Video wurde offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt. Hebestreit räumt ein, dass das Video täuschend echt sei. Ich finde vor allem auch, die Sprache sei sehr nah am Original. Ja gut, das kann man sagen. Aber wenn man das Video sieht und Scholz sieht, denkt man sofort, okay, das ist halt fake. Das kann ja witzig sein. Dennoch wollte die Bundesregierung vor allen solchen Schritten grundsätzlich warnen. Denn durch solche gefälschten Aufnahmen werde es immer schwerer, zwischen echt und falsch zu unterscheiden. Das ist ja die Tatsache, das stimmt ja sogar. Und es ist ziemlich traurig, dass es niemanden gibt, der diese Rede tatsächlich hält. Also am Ende ist es so, man muss schon ziemlich auf den Kopf gefallen sein, um das zu glauben. Und daher ist diese Rede eigentlich so brisant. Denn es gibt sehr viele Leute, die erheblich auf den Kopf gefallen sind, sodass sie es glauben würden. Ich würde es also begrüßen, wenn die Menschen das glauben würden, aber irgendwie. Ich meine, wenn man Olaf Scholz kennt, ist das, was am nächsten oder was am ersten auffällt, dass die künstliche Intelligenz in der Darstellung des Charakters viel zu viel Rückgrat hat. Und dieses vordergrundige Rückgrat ist dann der erste Indikator dafür, dass man erkennt, es ist halt gefälscht. Lass uns doch erstmal ganz entspannt einfach mal durch die Nachrichten gucken. Gazastreifen. Weitere Freilassung von Hamas-Geiseln erwartet. Nach der Verlängerung der Feuerpause im Gazastreifen wird die Freilassung weiterer israelischer Geiseln von der militanten islamistischen Hamas erwartet. Die israelische Regierung erhielt heute früh laut Medienberichten eine Liste mit zehn Personen, die freigekommen sollen. Nach Angaben aus Hamas-Kreisen sollen im Gegenzug 30 weitere palästinensische Häftlinge aus israelischem Gefängnis entlassen werden. Ich verstehe übrigens nicht, also das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich einfach die Verhandlungen natürlich genauso begleite wie ja auch über die Nachrichten. Israel und die Hamas hatten sich gestern auf die weitere Verlängerung der Feuerpause um zwei Tage geeinigt. Schon gestern Abend waren elf weitere aus Israel verschleppte Geisen freigelassen worden. Auf der Gegenseite 33 palästinensische Häftlinge. Also was ich nicht verstehen kann, ist so ein bisschen diese Aufwertung von Leben. Und ich weiß natürlich auch nicht, woher das rührt, aber warum zur Hölle lassen die zehn Leute frei und dafür werden 33 oder 30 Palästinenser freigelassen? Also es wird wahrscheinlich so ein Druckmittel sein, so wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr uns halt mehr geben, als wir euch geben. Aber es wirkt auch echt unschlau. Wisst ihr warum? Wenn diese Initiierung von der Hamas kommt, also wenn die Hamas, diese Terrororganisation sagt, also wir geben euch zehn und ihr gebt uns 30, dann bedeutet das ja irgendwie auch, dass palästinensisches Leben für die weniger Wert hat als israelisches? Weil wenn das ja gleichwertig wäre, dann ist das, das ist voll komisch. Sie haben härter verhandelt, alter halber FDP. Aber es wirkt einfach komisch, wenn man das liest. Es werden zehn israelische Geiseln freigelassen und dafür werden 30 palästinensische Häftlinge freigelassen. Also ist da der Gedankengang, die westliche Geiseln sind mehr wert als die eigenen Leute? Alter, das ist ja ganz, ganz wild. Also das ist ja auch ein ganz komisches Signal. Also wirklich ein ganz komisches Signal, aber Hauptsache die werden freigelassen. Finnland schließt alle Grenzübergänge zu Russland. Die Grenze werde bis zum 13. Dezember abgeriegelt, teilte Ministerpräsident Orpo mit. Orpo erneuerte den Vorwurf an Russland Migranten gezielt nach Finnland zu schicken. Es sei ein Versuch, sein Land zu destabilisieren. Der Grenzschutz warnte davor, dass die Zahl der Migranten weiter steigen könne. Innenminister Rantanen unterstellt Russland zudem, sich an internationaler Kriminalität und Menschenhandel zu beteiligen. Seit Anfang November sind nach Angaben aus Helsinki hunderte Migranten von Russland aus ohne Visa auf dem Landweg nach Finnland gelangt. Zuletzt war noch ein Grenzübergang in Lapland geöffnet. Also ja, das macht übrigens Russland. Das ist aber nicht das erste Mal, dass Russland das macht. Das macht Russland auch mit Europa grundsätzlich. Über die Balkanroute, über Polen nach Deutschland. Das ist nichts Neues. Russland nutzt Migration als Waffe, um Destabilisierung in den Ländern, die in der Opposition stehen, anzugreifen. Die holen sich die Leute ohne Visa nach Moskau und sagen dann da lang und dann lassen sie über die Balkanroute Richtung Polen, dann stehen die vor den Grenzen, kommen da rüber oder geraten vielleicht an den ein oder anderen Peace-Abgeordneten, der ihnen da was verkauft und dann sind die da. Und das nutzt Macht Russland ziemlich häufig seit dem Konflikt. Scholz stimmt auf schwierige Zeiten ein. In seiner Regierungserklärung hat Kanzler Scholz eingestanden, dass die Regierung vor Haushaltsproblemen steht. Lösungen präsentierte er nicht, kündigte aber das Ende der Energiepreisbremse an. CDU-Chef Merz sprach Scholz die Eignung zum Kanzler ab. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Auswirkungen hat alles. 2009, war es 2009, hat die Große Koalition, also CDU, SPD zusammen die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben. Dann, irgendwann, Jahre später, verändert sich die politische Landschaft, eine neue Regierung wird gewählt, die CDU ist in der Opposition und verklagt die Regierung auf Basis der Tatsache, dass das geschaffene Konstrukt der, du darfst keine Schulden machen, ein Keuschheitsgürtel für Investitionen ist und drängt in der Opposition darauf, alles abzusägen, was irgendwie durch diese Regierung gemacht werden kann. Diese Regierung stellt sich zusätzlich selber auch ein Bein, indem sie nicht darauf vorbereitet ist, Aktionen passieren und jetzt, jetzt können wir eigentlich dabei zusehen, dass Folgendes passiert. Friedrich Merz hat angekündigt, die nächsten Haushalt auch schon in Frage zu stellen und eventuell vom Karlsruher Verfassungsgericht wieder prüfen zu lassen und eine neue Haushaltsklage einzureichen. Das wird unter Umständen positiv oder negativ sein. Was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass in Hand mit der CSU unter die Union allgemein gesagt wird, ja, die sind unfähig, die sind unfähig und wenn das auf fruchtbaren Boden stößt, auf Basis der populistischen Medienverarbeitung rund um Springer, werden wir mit der nächsten Amtszeit eine große Koalition zurückbekommen. Also vielleicht eine große Koalition wäre das Best-Case-Szenario, das Wurst-Case-Szenario wäre eine Regierungsbeteiligung der AfD, das sich noch nicht für ausgeschlossen halte auf Basis der Tatsache, dass die Union ja immer wieder Stichproben macht, wie rassistisch sie sein darf. Dann wird es wieder schlimm. Dann kannst du alles vergessen, dann wird alles zurückgerollt, was irgendwie an Energiewende gemacht wird. Dann wird es wieder auf alt getrimmt. Vielen Dank an die Schuldenbremse an dieser Stelle. Also es ist wirklich crazy. Aber für die SPD, und da kann man Scholz gleich, also überhaupt kein Mitleid aussprechen, das ist eigengeschaffenes Leid. Sie haben es damals mitgetragen, sie haben die Schuldenbremse ins Grundgesetz verabschiedet, sie haben dafür gestimmt, das kann man auch nachgucken. Selber schuld, Bro. Selber schuld. Bundeskanzler Oberschulz hat eingeräumt, dass das Karlsruher Urteil die Arbeit seiner Ampelkoalition deutlich erschwert. Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtig und weiterhin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung. Deutschland stehe vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nicht erlebt hat. Mit Beratungen über die Folgen des Urteils sei noch nicht abgeschlossen, doch klar sei, mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten. Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat. Oppositionschef Friedrich Merz griff Scholz nach seiner Rede scharf an und sprach ihm die Kompetenz zur Kanzlerschaft ab. Sie können es nicht, sagte er. Die Schuhe eines Kanzlers seien für Scholz mindestens zwei Nummern zu groß. Der SPD-Politiker habe lediglich technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung gegeben. Sie sind ein Klempner der Macht, kritisierte Merz. Er machte zudem deutlich, dass seine Partei an der Schuldenbremse festhalten will. Und damit ist klar, die Union wählen bedeutet keine Investition wählen. Das ist apokalyptisch, möchte man sagen. Die Schuldenbremse hat bewiesen, dass sie die Investitionsfehler der Vergangenheit behindert. Die Union, die in Umfrage hoch ist, sagt, sie will die Schuldenbremse nicht abschaffen. Das bedeutet, wenn die Union wiedergewählt wird, werden Einsparungen gemacht. Und diese Einsparungen betreffen nie, niemals Dinge, die wirklich eingespart werden müssten. Wie beispielsweise das Dienstwagenprivileg, was eingespart werden könnte. Oder eine reformierte Erbschaftssteuer, wo eingespart werden könnte. Oder eine wiederauflebende Vermögenssteuer, die tatsächlich existiert, aber ausgesetzt ist, die man einsetzen könnte. All diese Dinge werden nicht passieren, obwohl sie passieren müssten. Plus, es wird keine Schulden gemacht werden für Investitionen, die längst hätten getätigt werden müssen. Und das ist eine Katastrophe. Diese Partei ist eine Katastrophe. Wer die Schuldenbremse abschaffen will, darf die Union niemals in Betracht ziehen. Wer allgemein bei klarem Verstand ist, darf die Union niemals in Betracht ziehen. Das ist eine absolute Katastrophe. Wenn die Union wirklich an der Schuldenbremse festhält, ist das kurzfristig und langfristig ganz, ganz schlimm. Und man muss schon ganz schön viel kristallines Methamphetamin rauchen, um sich das schön zu reden. Vielen Dank, Friedrich, Fotzen, Fritz, Merz. Verfassungsschutz. Anschlaggefahr so hoch wie seit Langem nicht mehr. Der Verfassungsschutz warnt vor einer akuten Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland. Das Risiko habe eine Qualität erreicht, teile Verfassungsschutzpräsident Haldenwang mit. Im Zusammenhang mit dieser Einschätzung gab es jetzt einen vereitelten Terroranschlag. Zwei jugendliche Terrorverdächtige in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg festgenommen. In Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sind einem Medienbericht zufolge zwei Terrorverdächtige festgenommen worden. Laut WDR handelt es sich um zwei Jugendliche, die sich über konkrete Anschlagspläne in Köln ausgetauscht haben sollen und der islamistischen Szene zugeordnet werden. Wie der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilte, verhängte das Amtsgericht Leverkusen ein Haftbefehl gegen den 15-Jährigen. Auch der zweite Verdächtige sei festgenommen worden. Dem Bericht zufolge ist der Verfassungsschutz zuvor auf ein Video gestoßen, in dem der 15-Jährige einen Terroranschlag für den 1. Dezember angekündigt haben soll. 15 Jahre, Digga. Bruder, es ist wirklich vollkommen außer Kontrolle. Das Video taucht in einer Telegram-Gruppe von jungen Islamisten auf und setzt offenbar das Bundesamt für Verfassungsschutz in Alarmbereitschaft. Ein Jugendlicher soll in dem Video zum Zitat Heiligen Krieg Zitat Ende gegen den Westen aufgerufen und einen Terroranschlag in Deutschland für den Freitag, den 1. Dezember angekündigt haben. Nach WDR-Informationen konnte der Verfassungsschutz den Telegram-Nutzer identifizieren. Demnach soll es sich um einen 15 Jahre alten Deutsch-Afghanen aus Nordrhein-Westfalen, Burscheid, bei Leverkusen handeln. Es soll sich mit einem 16-jährigen Rusten aus Wittstock in Brandenburg verabredet über einen islamistischen Terroranschlag mit Brandsätzen oder einem Kleinlaster auf einem Weihnachtsmarkt oder einer Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Sie sollen sich auch über einen konkreten Zeitraum ausgetauscht haben. Auch eine mögliche Ausreise soll eine Option gewesen sein. Diese drei Berichte habe ich dazu gelesen. Das ist mir ins Auge gestoßen. Das chinesische Modeunternehmen Xi'in will im Westen an die Börse gehen. Doch es steht unter dem Verdacht vieler Verfehlungen. Ausbeutung, Zwangsarbeit, Datenmissbrauch, Gesundheitsgefährdung und Diebstahl geistigen Eimentums. Das sind die perfekten Voraussetzungen für ein Unternehmen, um an die Börse zu gehen. Wenn Wirecard das nicht bewiesen hat, dann let's fucking go. Grundsätzlich interessieren Konsumenten von so Shopping-Spreys nicht wirklich mehr, was so die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter angeht oder woher die Klamotten kommen. Also let's do this. Erdogan attackiert Netanyahu in scharfer Form. Der türkische Präsident Erdogan hat Israels Regierungschef Netanyahu als Schlechter von Gaza bezeichnet und ihm vorgeworfen, Antisemitismus zu fördern. Erdogan sagte, seine Regierung werde dafür sorgen, dass Israel vor internationalen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werde. Zitat, mit den Morden, die er in Gaza begangen hat, schürt Netanyahu den Antisemitismus und gefährdet die Sicherheit des israelischen Volkes und vor allem Juden. Zugleich warf er westlichen Regierungen vor, Hass gegen den Islam zu schüren, indem sie die Palästinenser dämonisieren. Der Westen dämonisiert Palästinenser? Okay. Erdogans scharfe Rhetorik belastet die Beziehung zwischen der Türkei und Israel stark. Beide Seiten hatten im vergangenen Jahr nach langer diplomatischer Eiszeit Botschafter in das jeweil andere Land entsandt. Sie hatten zudem die Entwicklung engerer Handelsbeziehungen und die Arbeit an neuen Energieprojekten erörtert. Der Krieg im Nahen Osten veranlasste Israel dazu, die Sicherheitsverkehrung seines gesamten diplomatischen Personals aus der Türkei und anderen Ländern der Region abzureißen. Ankara zog seinerseits das Protest gegen Israels Vorgehen seine Gesandten aus Tel Aviv ab. Wie nennt man dann Erdogan? Ziegenficker und Schlechter der Kurden? Weiß ich jetzt nicht. Wirklich, ich bin ein bisschen irritiert, immer wieder diese scharfen Angriffe Erdogans auf die allgemeinisraelische Regierung oder Netanyahu jetzt zu sehen. Ich meine, bei aller Kritik, die man Israel geben kann und vor allen Dingen bei allen Aussagen, die man tatsächlich da unterstützen kann, ist, glaube ich, Erdogan einer der wenigen Leute, die da überhaupt nichts zu sagen sollten. Also gar nichts. Wirklich nichts. Der Ampelpartner FDP hat klare rote Linien. Keine Steuererhöhungen und die Schuldenbremse wird nicht angetastet. Das Haushaltsurteil setzt sie unter Druck und trifft sie in einer ohnehin schwierigen Lage. Es sollte beiläufig wirken. Nur eine Minute und neun Sekunden dauerte das Statement von FDP-Finanzminister Christian Lindner am vergangenen Donnerstag. Etwas verklausuliert kündigte der FDP-Finanzminister in diesem Moment an, was er unbedingt verhindern wollte. Die Bundesregierung will jetzt das vierte Jahr in Folge eine Notlage erklären und die Schuldenbremse aussetzen. Entgegen aller bisherigen Zusagen, das Karlsruher Haushaltsurteil zur grundgesetzwidrigen Kreditverwendung habe, dies nötig gemacht. Aber der Markenkern der FDP ist nun schwer angekratzt. Was ist denn der Markenkern der FDP? Ich weiß nicht genau, wie ich den Markenkern der FDP definieren soll. Wenn ich es machen würde oder müsste, dann würde ich sagen, es handelt sich dabei um eine hyperkapitalistische Zusammenkunft von Menschen, die tatsächlich dem Irrglauben unterlegen sind, dass Geld und die Freimachung des Marktes die beste Lösung für ein sozialverträgliches Miteinander sei. Und trotz der widrigen Umstände der realgesellschaftlichen Situation, also der Beweis, dass das nicht so ist, wird das ignoriert und trotzdem an diesem Markenkern festgehalten. Ja gut. Bürgergeld und Kindergrundsicherung. Wirtschaftsrat der CDU fordert Sozialgeschenke zurückzunehmen. Die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, Astrid Hamka, wirft der Ampel vor, in der Haushaltskrise nirgends ernsthaft einzusparen. Der Sozialstaat müsse eingedämmt werden. Wusstet ihr schon, dass das Bürgergeld aus unerklärlichen Gründen nach der Umbenennung jetzt ein Sozialgeschenk ist? Ich dachte ja, dass das Bürgergeld eine viel zu geringe Inflationsanpassung an Hartz IV ist und eigentlich auch nur Hartz IV ist. In der Haushaltskrise hat der Wirtschaftsrat der CDU die Ampelkoalition aufgefordert, die Sozialgeschenke zurückzunehmen. Die Präsidentin des Wirtschaftsrates, Astrid Hamka, sagte, das sagte sie, ich zitiere das jetzt nur, auch wenn es abstoßend für mich ist, das zu zitieren. Sie sagte, Zitat, die wahren Ursachen der Finanzprobleme dieser Bundesregierung heißen Bürgergeldeinführung, Bürgergelderhöhung und Einführung der Grundsicherung. Äh, der Kindergrundsicherung übrigens, Ladies and Gentlemen. Einführung der Kindergrundsicherung. Also für den Fall, dass das nicht klar genug ist, sie sagt also, die armen Leute sind schuld. Der Wirtschaftsrat fordert, diese Sozialgeschenke zurückzunehmen. Zudem müsse die bei arbeitsfähigen Bürgergeldempfängern die Arbeitswilligkeit durch gemeinnützige Tätigkeit überprüft werden. Alle diese Punkte müssen bei den Gesprächen der Koalition auf den Tisch. Die Zeit der Tabus ist endgültig vorbei, sagte Hamka. Und das unterstütze ich, die Zeit der Tabus ist endgültig vorbei. Das heißt, wir müssen unbedingt darüber sprechen, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen, die Vermögenssteuer wieder zu reaktivieren, die Erbschaftssteuer den Umständen entsprechend anzupassen. Die Zeit der Tabus ist vorbei und dann müssen wir diese Tabus auch wirklich endlich mal ablegen. Vielleicht könnten wir auch die Pendlerpauschale mal wegmachen. Wir könnten über Teile der Subventionierung von klimaschädlichen Industrien sprechen und das ein bisschen runterfahren. All diese Sachen könnten wir machen. Zumindest könnten wir ja die Tabus fallen lassen und über all diese Sachen reden. Was weiß ich schon. Am Ende des Tages wählen wir konservative Politiker, die, wie der Titel schon sagt, das Vorunkel am Arsch der Gesellschaft sind. Und die dann bei der nächsten Wahl, und das deutet sich ja schon an, in einer großen Koalition wundervolle Entscheidungen treffen werden. Ich meine, es ist doch cool, wenn eine der populärsten Parteien dafür wirbt, die Sozialbeiträge zu reduzieren. Also, endlich wird mal wieder da gespart, wo es sich am meisten lohnt. Bei den Leuten, die nichts haben. Das wäre schon ziemlich cool, oder? Was ist denn am Donnerstag los? Was ist los? Henry Kissingers Tod, der alte Kriegstreiber, Digga. Henry A. Kissingers Tod. Der frühere amerikanische Außenminister prägte in den 1970er Jahren die US-Politik entscheidend mit. Kissinger wurde 100 Jahre alt. Die entscheidende Weggabelung im Leben von Henry Kissinger war wohl die Flucht vor dem Nationalsozialismus und die Immigration in den USA. 1938 verließ er die jüdische Familie Fürth, die Geburtsstadt Kissinger. Alter, der Deutschlandfunk hat ja ein fucking Manifesto über Kissinger geschrieben. Also, ich will jetzt nicht das Leben von Henry Kissinger zusammenfassen, aber falls ihr das Leben von Henry Kissinger zusammengefasst haben wollt, könnt ihr euch definitiv mal den Deutschlandfunkartikel durchzuschauen. Ei, 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 ei. Er hat ein bisschen Dreck am Stecken. Etwas. Ein Müh. Dreck am Stecken. Deswegen belasse ich es einfach dabei und sage, Henry Kissinger ist tot. Ich meine, das ist ja wie nach dem Tod von Michael Jackson oder anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unter Umständen. Man lästert nicht sofort vom Leder. Belassen wir es einfach dabei mit, Henry Kissinger ist verstorben. Rechtsextremismus. Warum wir ihn nicht loswerden? In Deutschland hat jeder Zwölfte ein rechtsextremes Weltbild. Das zeigt die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Eber-Stiftung. Rechte Einstellungen nehmen demnach zu, vor allem unter 18- bis 35-Jährigen, während die politische Mitte schrumpft. Hä? Ich dachte, die politische Mitte wandert nach links. Ah, dann wandert die ja nach rechts. Das klingt jetzt wie Satire, aber es ist so. Dubai hat ja gerade die UNO-Klimakonferenz eröffnet. Auf der UNO-Klimakonferenz in Dubai haben sich die teilnehmenden Staaten eine Vereinbarung zum neuen Klimafolgenentschädigungsfonds angenommen. Die Abstimmung fand nach der Eröffnungszeremonie statt. Die Vereinbarung sieht die Einrichtung eines Fonds vor, der gefährdete Länder bei der Bewältigung der Kosten der klimabedingten Schäden wie etwa Dürren oder Überschwemmungen helfen soll. Deutschland wird sich mit 100 Millionen US-Dollar an dem Fonds beteiligen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate kündigte einen Beitrag in dieser Höhe an. Der Präsident der Klimakonferenz, Al-Jabbar, rief zu entschlossenem Handeln auf, die Welt sei an einem entscheidenden Punkt angelangt. Für den Fall, dass das noch nicht ganz klar ist, der Sultan Al-Jabbar, der Präsident der Klimakonferenz ist, ist gleichzeitig auch der Präsident der arabischen Energieversorgers vor Ort, der achtgrößte Energieversorger der Welt ist. Also fossile Energie reden wir. Öl, Gas. Ja, Präsident der Klimakonferenz übrigens. Toll. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch schon angekündigt, die nächsten Jahre noch mehr fossile Energieträger aus der Erde rauszuholen. Das ist toll. Übrigens Hochrechnungen der, ich weiß gar nicht, wer die Hochrechnung veröffentlicht, aber ich glaube, die letzten Hochrechnungen, wo wir welttechnisch rauskommen, ist 2,9 Grad Erwärmung. Wenn also das nächste Mal das A-Teil vollläuft, sollen die sich mal nicht beschweren. Hätten ja nicht die CDU wählen müssen. Also nur, wenn sie die CDU gewählt haben. Meine Empathie kommt auf jeden Fall nicht CDU-Wählern entgegen. Sportcheck stellt Insolvenzantrag. Endlich ist Sportcheck tot. Endlich. Eine weitere Tochter der Signa Holding ist zahlungsunfähig. Der Artikel hinter Sportcheck hat Insolvenz angemeldet. Die im Herbst angekündigte Übernahme durch den britischen Modehändler Frasers ist erst einmal vom Tisch. Ich bin wirklich interessiert, wie die deutschen Innenstädte, besonders die deutschen Kaufhäuser, in fünf beziehungsweise zehn Jahren aussehen sollen. Ich denke, wir können uns einfach darauf einigen, dass man da so Amazon-Digital-Läden einfach hinmacht. Die sollen da einfach so ein paar Displays hinhängen. In den alten Galeria-Kaufhofs und Sportchecks sollen die einfach so Displays hinhängen. Und dann kannst du einfach durch den Warenkatalog der jeweiligen Fachabteilung von Amazon scrollen. Vielleicht könnte man auch endlich sagen, wir schaffen diese ganze Scheiße ab und machen da überall Paketstationen hin. Wo nur noch die ganzen jeweiligen Versandhäuser alles hinschicken und dann müssen die nicht zu den Leuten nach Hause und verstopfen den verschissenen Verkehr. Ja, ja. Eventuell schafft man das ja sogar mit den Gleisen unterirdisch anzubinden. Dann müssen die da überhaupt nicht mehr fahren. Digga, ich... Digga. Das wäre ganz schön krass. Die Inflation im Euroraum hat sich aufgrund der dümpelnden Konjunktur deutlich abgeschwächt. Zuletzt erreichte sie den niedrigsten Wert seit Juli 2021. Die Verbraucherpreise lagen im November in einer Schätzung zufolge 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie das Statistikamt Eurostart heute in Luxemburg mitteilte, im Vormonat hatte die Teuerung noch 2,9 Prozent betragen. Vor einem Jahr lag sie bei 10,1 Prozent. Das heißt, die Verteuerungsrate ist mehr oder weniger weg. Also sie ist da, aber sie ist auf einem Vorkriegsstand? Nee, nicht ganz. Es ist nicht ganz Vorkriegsstand. Es ist auf jeden Fall stabilisiert. Merke ich nichts von? Naja, natürlich merkst du nichts davon, weil es teurer wird, aber es wird nicht in der Frequenz teurer, in der es teurer wurde in der Vergangenheit. Wie beispielsweise vor einem Jahr mit 10 Prozent. Das bedeutet nicht, dass die Preise fallen. Das bedeutet, dass die Preise nun nicht mehr so schnell steigen. Merken tust du das nicht, weil es trotzdem noch teurer bleibt. Es heißt nur, dass es nicht mehr viel teurer wird. Davon auszugehen, dass das irgendwie einen Negativtrend hat, dass Produkte wieder günstiger werden? Nein, werden sie nicht. Nein. Ich habe das Gefühl, das spricht niemand aus, darum spreche ich es mal ganz kurz aus, aber nein. Lebensmittel werden nicht günstiger werden. Nein. Wenn es um die Gewinnmargen von Großkonzernen geht, wenn es um die Gewinnmargen von vertriebenen Kaufhäusern geht, dann wird das natürlich nicht passieren. Die nächste Ampeltrickserei ist aufgeflogen. Nun verlangt ein Gericht auch noch, dass die Regierung ihre Klimaschutzgesetze einhält. Der Verkehrspolitik von Minister Volker Wissing steht damit endgültig vor dem Aus. Ups, sie haben es wieder gemacht. So lässt sich das Urteil interpretieren, das das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg der Bundesregierung an diesem Donnerstag ausgestellt hat. So wie die Ampelkoalition meinte, die Schuldenbremse durch Schattenhaushalt umgehen zu können, so hat sie auch beim Klimaschutzgesetz getrickst. Und auch das geht aus der Sicht der Richter nicht auf. Sie habe den klagenden Umweltverbänden Recht gegeben. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was da passiert ist, die Bundesregierung hat den Maßstäben der Klimaschutzvorgaben der jeweiligen Haushaltsgruppen, also es gibt sozusagen Vorgaben für Verkehr, es gibt Vorgaben für Bildung, es gibt Vorgaben für alle möglichen Bereiche. Und die Bundesregierung hat gesagt, als sie gemerkt haben, dass der Bereich Verkehr die Vorgaben nicht einhält, Ja, ja, wir verrechnen das einfach mit den anderen. Der Trick ging diesmal so. Zwei Sektoren, Verkehr und Gebäude, haben ihre CO2-Emissionen zwei Jahre in Folge nicht ausreichend gesenkt. Laut Gesetz hätten die beiden Ministerien sofort Programmen nachsteuern müssen. Stattdessen aber die Ampelkoalition am Brill beschlossen, stattdessen das Klimageschutz zu ändern und die einzelnen Sektorenziele aufzugeben. Künftig soll die Regierung als Ganzes dafür verantwortlich sein, dass die Klimaziele erreicht werden. Und falls sie dabei scheitert, räumt sie sich deutlich großzügige Zeiträume ein, um nachzubessern. Noch ist das neue Gesetz allerdings nicht verabschiedet. Und so, sagt das Oberlandesgericht, gelten die Verpflichtungen aus dem Alten weiterhin. Sofortprogramme müssen her. Volker Wissing! Du dumme Sau! Wie kann man denn noch einen schlechteren Job machen als scheiß Scheuer? Ich will nicht andeuten, dass Volker Wissing der inkompetentere politische Akteur ist. Aber holy shit gibt Volker Wissing sich Mühe, ein schlechteres Bild abzugeben als fucking Scheuer. Andreas Scheuer! Digga! Und der hat der Bundesregierung wirklich noch eine Menge Geld geschuldet. Was ist denn euer Lieblings-Volker-Wissing-Moment? Mein Lieblings-Volker-Wissing-Moment war, als er den Verbrennerausstieg blockiert hat mit der Aussage, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass Verbrennungsmotoren nachweislich CO2-neutralen Kraftstoff tanken können, weiterfahren dürfen. Und dann musste die gesamte Europäische Union auf der Basis der Blockade des Verkehrsministers einer Partei, die gerade so 5% bekommt in Germany, einfach mal sagen, ach du Scheiße, wir müssen warten. Wir müssen das machen. Oh mein Gott. Das muss man sagen, das war ja nicht mal eine Lobby-Entscheidung. Also ich hätte ja verstanden, wenn er da irgendwas für die deutsche Autoindustrie gemacht hat. Aber selbst die deutsche Autoindustrie hat damals bekannt gegeben, hä, Digga, Volker, jetzt geh mal bitte von der Bremse runter, wir wollen wissen, wie das nun aussieht. Oh. Oh, das ist super. Das ist super. Möchte ich mal ganz kurz gucken, was wir hier so haben. Von der Leyen fordert Ausbau von CO2-Bepreisung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat auf der UNO-Klimakonferenz an die Staats- und Regierungschef appelliert, den Ausstoß von Kohlendioxid finanziell konsequent zu belasten. Dies sei eines der mächtigsten Werkzeuge, um klimaschädliche Emotionen zu reduzieren und gleichzeitig Innovation und Wachstum zu fördern, sagte von der Leyen in Dubai. Starke Umweltverschmutzer müssten einen fairen Preis zahlen. Die Einnahmen könnten in den Kampf gegen den Klimawandel reinvestiert werden. Von der Leyen verwies auf den Mechanismus in der EU, wodurch die Emissionen in bestimmten Bereichen um fast 40 Prozent gesunken sind. Also, das würde ja bedeuten, dass nicht nur das Appell, sondern das passiert ja auch tatsächlich in Deutschland, dass die CO2-Bepreisung für den Fall, dass du klassische fossile Brennträger oder Stoffe brauchst, um Energie zu erzeugen oder damit Energie erzeugt wird für dich, dass das ja so oder so teurer wird und dass man langfristig auf etwas anderes umsteigen kann. Ach, lass uns nicht drüber reden, Digga. Ich habe das Gefühl, wir hatten diese Debatte schon, aber die wurde durch Populismus etwas infiziert. Russland setzt nach britischen Angaben verstärkt auf unbemannte Kriegsschiffe. Russland arbeitet nach britischen Angaben verstärkt im Bau von unbenannten Kamikaze-Kriegsschiffen. Das britische Verteidigungsministerium beruft sich dabei auf den Chef der Rüstungsfirma KMZ. Dieser habe vor kurzem angekündigt, dass Drohnenboote im Rahmen des Ukraine-Kriegs getestet werden. Für 2024 sei die Serienproduktion geplant. Die Boote können demnach bis zu 600 Kilogramm Munitions transportieren. Hm. Jetzt nicht nur Drohnen von oben, sondern auch Drohnen vom Wasser. Es gibt mittlerweile, das habe ich auch gelesen, aber den Artikel habe ich gerade nicht hier. Darum werde ich es einfach nur mal kurz erwähnen, beiläufig erwähnen. Es gibt mittlerweile Stimmen aus Russland, dass es vielleicht langsam Friedensgespräche geben sollte. Aber nicht unter der Prämisse, dass Russland irgendwas verliert. Also ich denke, wenn wir noch zwei Jahre durch westliche Lieferungen die Front an der Ukraine, den Zermürbungskrieg auf der russischen Seite oder auf wasser Seite auch immer noch beibehalten, dann wird unter Umständen sich dieser Ton verstärken. Denn diese, wie nennt man das, Kriegsmüdigkeit, glaube ich, das wird sich ja wahrscheinlich nur erhöhen. Denn so schnell wird das nicht vorbei sein. Dieser Krieg wird uns noch lange begleiten. Neue Kämpfe nach Ablauf der Feuerpause, Weltgesundheitsorganisation besorgt. Vor allem Infrastruktureinrichtungen wie Krankenhäuser seien gefährdet, sagte der WHO-Vertreter. Im Westjordanland und im Gazastreifen. Derweil gehen die internationalen Bemühungen um eine Wiederherstellung der Feuerpause weiter. Bundesaußenminister Baerbock verwies auf die Lage der verbleibenden Geiseln. Sie hoffte seit Wochen in finsteren Tunneln auf Freileistung, sagte Baerbock in Berlin. Wieder Tote. Nach einem einwöchigen Waffenruhe war der Krieg zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas heute früh wieder aufgeflammt. Die israelische Armee teilte mit, die Streitkräfte hätten im Angriffe wieder aufgenommen, nachdem Raketen auf Israel abgefordert worden seien. Von Seiten der Hamas ließ es laut Agenturberichten, die Kasam-Brigaden hätten den Befehl erhalten, wieder zu den Waffen zu greifen. Das der Hamas-nahestehende Gesundheitsministerium sprach von mindestens 29 Toten infolge der Kämpfe. Während der Feuerpause hatte die Hamas rund 100 von etwa 240 Menschen freigelassen, die bei einem Terrorüberfall auf Israel verschleppt worden waren. Also die Kämpfe gehen wieder los. Es war jetzt ungefähr eine Woche Pause und es geht wieder los. Ich habe auch von einem Terroranschlag in Jerusalem gehört, wo an einer Bushaltestelle zwei beziehungsweise drei Menschen getötet wurden. Die Hamas hat sich dazu wohl auch bekannt. Das war wohl eine Antwort auf irgendwas. Es ist sehr kompliziert mittlerweile da durchzusteigen, wer auf was wie antwortet. Am Ende des Tages sterben dann nur eine Menge Menschen. Dieser Fakt, das steht ohne Frage im Raum. Lindner hält an Schuldenbremse für 2024 fest. Eigentlich sollte es um den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr gehen. Doch wirklich diskutiert wurde im Bundestag über die Pläne für 2024. Finanzminister Lindner will dann auf jeden Fall wieder sparen. Sparen, 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 sparen. Zukunftsinvestitionen bedeutende Vorhaben der Koalition umzusetzen, würden andere überkommene heute nicht mehr notwendige Ausgaben gestrichen, sagte Lindner. Wir werden auf der Ausgabenseite umschichten. Noch mehr Schulden bei stark gestiegenen Zinsen seien nicht der richtige Weg. Genau, weil die Bundesregierung genau die gleichen Zinsen bekommt wie der Normalbürger da draußen auch. Das ist ja vollkommen klar. Also es ist jetzt nicht so, dass Nationen bei Bankern oder sagen wir mal bei der Zentralbank oder bei riesigen Bankinstituten gigantische Summen abrufen können zu spöttischen Zinsen. Also es ist jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form Realität ist. Aber da muss man natürlich im Rahmen der Aussagen darauf beharren, dass es keinen Sinn macht, Schulden aufzunehmen bei stark gestiegenden Zinsen. Also es steht im Raum, dass 2024 die Schuldenbremse wieder angezogen wird. Sie sollte ja eigentlich dieses Jahr wieder angezogen werden. Es wird jetzt mit dem Nothaushalt wahrscheinlich gekippt, sodass 2023 die gewissen Ausgaben noch erledigt werden können. Für 2024 steht das jetzt im Raum. Formal ging es im Bundestag nicht um den Etat für 2024, sondern eigentlich um den Nachtraghaushalt für das laufende Jahr. Doch die Debatte drehte sich vor allem um den Haushalt für das kommende Jahr. Lindner bezifferte Finanzierungslücke auf 17 Milliarden Euro. Dieses Loch, wie dieses Loch geschlossen werden soll, ist der Ampelregierung umstritten. Im Gespräch sind diverse Sparmaßnahmen, aber auch eine Aussetzung der Schuldenbremse, um so zum Beispiel die Hilfszahlung für die Ukraine über Kredite zu finanzieren. Lindner warb jedoch dafür, eher den Wettbewerb zu stärken und Bürokratie abzubauen, als neue Schulden für Subventionen aufzunehmen. Der Finanzminister sprach von intensiven Gesprächen innerhalb der Koalition. Zitat, das wird alles nicht immer bequem sein. Zitat Ende, die Regierung werde aber neue Wege finden, ihre Vorhaben zu finanzieren. Die Staatsschuldenquote werde 2024 auf 64 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken, nachdem es 2021 noch 69 Prozent gewesen seien. So Lindner und Zitat, die Richtung stimmt, wir wollen sie fortsetzen. Ja, wichtig, international weiter der Clowns-Verein zu sein, der einzige Clowns-Verein, der sich so strikte Schuldenreglements aufsetzt, um die Investitionslücken, die vorhanden sind, nicht aufzuarbeiten. Mal gucken, wie lange wir sparen, bis wir merken, dass das Sparen der falsche Weg war. Aber das ist ja in der Bundesregierung relativ noch umstritten. Sobald wir nach der, wann wird wieder gewählt? Warte, 2025? 2025, die nächste Bundesregierung gewählt wird, werden wir mit der großen Koalition aus CDU, SPD, CDU, I don't know, CDU irgendwas, ja sicherlich wieder sehr zukunftsorientiert politische Entscheidungen erwarten können. Das wird toll. Toll, toll, toll. Heute startet der Online-Konzern Google eine groß angelegte Löschaktion. Google-Konten, die mehr als zwei Jahre lang nicht genutzt werden, werden gelöscht. Was sollten Nutzerinnen beachten? Eine Übersicht. Google beginnt im Dezember nach eigenen Angaben mit Löschen inaktiver Accounts. Wer ein Konto für Gmail und andere Dienste benutzt, die es aber längere Zeit nicht genutzt hat, könnte von der groß angelegten Löschaktion des Internet-Riesen betroffen sein. Google beginnt am 1. Dezember 2023 damit Konten zu löschen, die mehr als zwei Jahre lang inaktiv waren. Wer also 24 Monate lang über einen Google-Mail-Account keine E-Mails verschickt hat und diesen Account auch nicht zum Anschauen von YouTube-Videos benutzt hat, könnte von der Löschung betroffen sein. Konkret heißt das, wer betroffen ist, könnte unzählige Fotos verlieren, die vor langer Zeit mal bei Google Fotos hochgeladen werden, seitdem nicht mehr abgerufen wurden. Oder Dokumente in Google Docs, die mal archiviert waren, aber schon länger nicht mehr abgerufen werden. Auch Mails, Videos, Dokumente, die in Google Drive gespeichert sind, wären betroffen. Von der Löschung ausgenommen sind laut der Nutzungsbedingungen Unternehmenskonten für die Gebühren anfallen, sowie Konten von Schulen, die mit Google-Diensten arbeiten. Also checkt eure Google-Konten, wenn da irgendwie was in irgendeiner Form diesbezüglich für euch relevant ist. Neue Wagenknecht-Partei will Ende Januar ersten Parteitag abhalten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht will nächsten Monat eine Partei gründen und einen Parteitag ausrichten. Der Schatzmeister meldet eine siebenstellige Summe an Spenden. Jesus Christ. Die haben direkt Millionen bekommen, oder was? Das neue Bündnis Sarah Wagenknecht will sich nach Informationen von Zeit Online am 27. Januar in Berlin zum ersten Parteitag treffen. Zuvor hatte auch der Spiegel sowie die Nachrichtenagentur dpa darüber berichtet. Zuvor soll die neue Partei bereits Anfang Januar formal gegründet werden. Dann sollen auch die ersten 400 Mitglieder aufgenommen werden, wie der Spiegel berichtet. Sarah Wagenknecht, früher lange Mitglied und zeitweise Fraktionschefin der Linken im Bundestag, war im Oktober mit neun weiteren Abgeordneten aus der Partei ausgetreten. Derzeit bereitet die Vereine Bündnis Sarah Wagenknecht die Parteigründung vor. Schatzmeister Ralf Suikert sagte der Süddeutschen, dass in diesen Tagen eine siebenstellige Summe eingegangen wurde. Er fügt hinzu, das klingt erstmal einmal viel, aber in einem Wahlkampf geben die großen Parteien zweistellige Millionenbeträge aus. Insofern sind wir zufrieden, aber wir haben auch noch eine lange Strecke zu gehen. Unter den Spenden seien fünfstellige Beträge, aber auch kleine Zuwendungen von einem, zwei oder fünf Euro. Die neue Partei will bei der Europawahl im Juni und möglichst bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2024 nächstes Jahr antreten. Wagenknecht hat bereits angekündigt, nicht den Vorsitz der neuen Partei zu übernehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die in Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2024 antreten, weil das unter Umständen verhindert, dass die absolute Mehrheit bei den Faschus landet oder bei zumindest eine große Mehrheit bei den Faschus landet. Das heißt, wenn die bis zu 2024 da antreten, könnten die den Faschisten eine Menge Stimmen klauen. Das begrüße ich natürlich. Das begrüße ich sehr. So, okay, machen wir Outro. Das war's.